Hallo Leute, heute zeige ich euch wie auf Mauer der Toten das Musik Easter Egg aktiviert. Dazu muss der Strohmann sein und dann müsst ihr hier drei Kassetten sammeln. Die erste Kassette ist hier oben in der Kleidungsfabrik. Die nächste ist hier unten im Elektronikfachmarkt in dem Regal hier. Und sobald ihr die dritte Kassette nehmt geht das Easter Egg automatisch los. Ich kann das jetzt hier leider nicht laufen lassen wegen Copyright Gründen und so. Aber die dritte Kassette ist dann hier oben. Wenn ihr hier in die gesprengte Suite hochkommt, da auf den Tisch. Sobald ihr den nehmt geht es los und das ist so ein Song von Tony Hawk anscheinend. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Peace.